Hattet ihr noch ein Messer, dann mach ich mit. Hattet ihr noch ein Messer, dann mach ich mit auch. Nein, das lasse ich nicht mal. Ich kann das schnell auch machen. Vielleicht. Ja, Unge, jetzt nix da. Bitte. Wollt ihr euch hinsetzen da? Ja, bitte Platz hinsetzen. Ist besser. Töre ist nicht, wenn man kann. Ja, sowas gefällt mir. Das ist gut, das ist gut. Sie sind dann im richtigen, vor dem richtigen Hintergrund. Hinsetzen. Sie haben ja noch Platz hier. Grandbaby. Und, schmeckt das? Sehr gut. Das ist gesund bei uns, ja. Ja, in der Natur. Genau. Bei uns, wenn man viel schwitzt, ja. Das, mein Mann das trinkt, das ist sehr gut. Ja, es ersetzt sofort. Ja, das ist Wasser. Ja. So, bitte. Gibt es Platz, ja. Braucht man für die Mopeds einen Führerschein? Ja, braucht man schon einen Führerschein dafür, ne? Aber bekommt man im Internet, oder? Das gibt's zum Kaufen, ne? Ja, das Motiv habe ich schon. Oh, ja, ja. Ja, bitte. So, Platz nehmen, bitte. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Okay, der Nächste, bitte, sehr. Wenn das Wasser ausgetrunken ist, dann kann man auch wieder aufmachen lassen. Da gibt es auch schon Fleisch drin, ganz weich, die kann man ja auch essen. Ja, das ist ja gut für Männer auch, für die Kraft, also für Potenz, sagt man. Ja, Durian ist auch gut, das werden wir dann auch schon gleich welche finden. Oh ja, gibt es noch Platz, da ist noch ein bisschen Platz da, bitte sehr. Gut, ja, das reicht, also wir haben genug getrunken, die sind auch sehr schön. Ja, 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 und da muss ich den Winum? Ja, sagt mir. Also, wenn bild, ja? Okay. Von hier. Nochmal, nochmal mit Kokos. So, so ist selten, ja, vor einem einheimischen Warum, ja? Gut, ja? Gut, ja? So, dann mit deinem nochmal machen. Oh, ja, 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 ja. Meine Unterwasserkamera, aber ist auch immer ganz schön. Ist Unterwasserkamera? Ja. Okay. Okay, go home. Okay. Are you kidding? Okay. Vielen Dank.